Der UEFA Women's Cup 2008-09 ist die achte Ausspielung des europäischen Meisterwettbewerbs für Frauenfußballvereine. Der Wettbewerb fand letztmals unter diesen Namen statt, da ab der Saison 2019 die mit einer Änderung des Austragungsmodus verbundene Umbenennung in UEFA Women's Champions League durchgeführt wurde. Titelverteidiger war der 1. FFC Frankfurt. Daneben nahm mit dem FCR 2001 Duisburg eine weitere deutsche Mannschaft am Turnier teil. Mit 43 Teilnehmern waren zwei Vereine weniger als im Vorjahr antreten. Aufgrund des Kaukasuskrieges zog der georgische Teilnehmer Iveria Kachuri seine Mannschaft zurück. In den Finalspielen konnte sich der FCR 2001 Duisburg mit 6 zu 0 und 1 zu 1 gegen den russischen Meister Suiza 2005 PEM durchsetzen und gewann somit zum ersten Mal den UEFA Women's Cup. Erste Runde An der ersten Qualifikationsrunde nehmen 36 Mannschaften teil. Bei der Auslosung am 3. Juli 2008 werden die Vereine auf neun Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für die 2. Runde. Gespielt wird in der Zeit vom 4. bis 9. September 2008. Die Ausrichter der Turniere sind bei der jeweiligen Gruppe aufgeführt. Turnier in Siauliai, Turnier in NIS, Turnier in Oslo. Der georgische Meister FC Iveria Kachuri zog seine Mannschaft zurück. Turnier in Salah, Turnier in Osjeck, Turnier in Neulengbach, Turnier in Breslau, Turnier in Sarajevo. Zweite Runde In der zweiten Runde greifen der Titelverteidiger sowie die Landesmeister der sechs stärksten Landesverbände ins Geschehen ein. In einer Auslosung werden die 16 Mannschaften auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Die Gruppensieger und Zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Gespielt wird in der Zeit vom 9. bis 14. Oktober 2008. Turnier in Oslo, Turnier in Umea, Turnier in Lyon, Turnier in Kalusch. Der erste Spieltag wurde von der UEFA auf den 10. Oktober 2008 verlegt, nachdem das Gepäck der Spielerinnen von Brond Bief am Wiener Flughafen zurückgeblieben ist. Viertelfinale Die Viertelfinals wurden am 5. 6. und 12. 13. November 2008 ausgespielt. Das Rückspiel zwischen Lyon und Badolino wurde erst am 18. November ausgetragen. Für Titelverteidiger Frankfurt kam im rheindeutschen Duell das Aus durch zwei Niederlagen gegen Duisburg. Halbfinale Die Halbfinalspiele wurden am 28. 29. März und am 5. April 2009 ausgetragen. Finale Die Finalspiele fanden am 16. und 22. Mai 2009 statt. Für beide Mannschaften war es die erste Finalteilnahme. Perm stand als erste russische Mannschaft im Endspiel. Suisse-Start 2005 Perm trug sein Heimspiel in Kazan aus, da der Kunstrasenplatz im heimischen Stadion von der UEFA nicht zugelassen ist. Duisburg wich für das Rückspiel in die MSV Arena aus. Das 6 zu 0 für Duisburg im Hinspiel ist der bis heute höchste Sieg in einem Finalspiel. Das 7 zu 0 für Duisburg im Hinspiel ist der bis heute zu Hinspiel. Das 6 zu 0 für Duisburg im Hinspiel ist der bis heute früh setziert.